Servus, hallo Tomatensaft, herzlich willkommen, wie geht's dir? Ich starte schon mal das Spiel, bis der Sascha gleich soweit ist. So, wir wollen mein restliches Fenster hier noch fertig einstellen gerade. Das ist schön zu hören, dass es dir gut geht. Ich habe hier mal so ein bisschen was umgestellt. Das ist noch eine kurze Frage. Hörst du eigentlich die Musik? Da, 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 da. Ah, sehr gut. Ja, der Ausschlag sieht nur so klein in OBS aus, deswegen bin ich gerade so ein bisschen verwundert. So, bis der Sascha soweit ist, connecte ich schon mal auf den Community-Server. Mal gucken, wie viel U wir haben. Ja, deswegen, ich habe meine Fenster ein bisschen umgestellt zum Streamen und jetzt sieht das alles ein bisschen kleiner aus, deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Gamesound könnt ihr gerade aktuell noch nicht hören, weil das ist noch ein kurzer Moment aus. Wird aber gleich angemacht, also nicht wundern. Ah, aber ihr bekommt ja schon mal ein Bild von mir. Oh, irgendeiner rennt hier rein und raus. Oh, ein Brelias. Hallo, Brelias. Nicht erschrecken, ich bin hinter dir. Hi, easy. So. Ähm. Na gut, der Sascha wird jetzt verwundert sein, aber ich mache jetzt den Sound einfach mal an. Ähm. So. Wollen wir mal gucken, was hier so abgeht, hier. Ah, haben wir so fleißig gesammelt, hier. Muss ich feststellen. Hölle Wahnsinn, da draußen geht es mit Zombies schon wieder ab. Muss mich selber noch an das neue Overlay gewöhnen. Ah, Wahnsinn. Äh, die ist quasi von mir. Aber hier ist ganz schön laut irgendwie gefühlt, kann das sein? So. Ich habe den mal auf 2% jetzt runtergestellt. Ich hoffe mal nicht, dass das immer noch zu laut ist. So. Auf jeden Fall ist es ein bisschen angenehmer jetzt. Also für mich. Ich weiß nicht, wie leise das jetzt bei euch ist. Gucken wir hier, was die da hier alles so gemacht haben. Besichtsgedöns. Ah ja. Okay, ähm. Ja, soll ja auch nur so ein bisschen Hintergrund sein. Aber pass auf. Äh, ich kann das auch ein bisschen... ...lauter machen. Pass auf. So, sag mal was dazu. Ist das jetzt besser für euch? Oder soll ich es noch lauter drehen? Weil sonst ist mir das persönlich zu laut. Da, 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 da. Na, wunderbar. Okay. Was sagt unser Tomatensaft-LP dazu? Ja, wunderbar. Dann läuft es doch jetzt. Gamesound hört ihr auch noch, ja? Alter, was ist denn hier los? Ey, die haben hier ein Lager hingezimmert, ey. Weck mich am Arsch. Ist ja der helle Wahnsinn. So. Boah, ich muss das mal... Dafür muss ich mir mal dringend ein Overlay nehmen, weil ich spiele ja jetzt bei uns auf dem Community-Server. Und, ähm, da müsste ich mir mal ein Overlay zulegen. Pass mal auf, Leute. Ich bin da, ähm, aber ich muss das gerade alles mal schnell freischalten. Weil das ist ja abartig. Also ich meine, die hört es ja, dass ich das hier gerade freischalte. Der helle Wahnsinn hier. Weil ich mich frage, auf dem anderen Stream wird das Passwort, glaube ich, sogar gezeigt. Das ist, äh, ultra geheime Passwort. Das ist, äh, ultra geheime Passwort. Äh, deswegen. Alter, da sind hier viele Kisten, Mann. Das ist ja abartig. Aha, da ist kein Passwort gesetzt. Ei, 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 ei. Da auch nicht. Hm. Okay. Ich stelle fest, Sascha will heute alleine streamen. Okay, die habe ich, äh, alter. Habe ich es jetzt bald hier? Ach, ist mir jetzt egal. Okay. Wir sind hier schon bei Tag 26 angekommen. Die Leute haben schon, äh, super viel drauf gespielt. Und es freut mich auch, ähm, also hier mal kurz zu zeigen. Äh, sind jetzt hier schon einige. Sascha? Willst du alleine streamen heute? Wir müssen hier mal, äh, über den Ingame-Boys fragen. So, ja, nein, vielleicht. Sprechen sie jetzt mit mir? Oder schreiben sie? Das geht auf T. Du kannst doch mit mir sprechen. Dann musst du V drücken. Alter, Verwalter. Hallo, P. Ah, hallo, da ist er ja. Ich werde ja wohl in meinem eigenen Stream noch anmoderieren dürfen, ha? Ja. Ist ja fürchterlich mit dir. Ja, warum hast du das jetzt nicht hier gemacht? Verstand da. Glaub ich jetzt nicht verstanden. Weil du ja hier deinen Stream anmoderieren tust. Okay, Sascha. Hi, Christian. Herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, kurze Frage. Wollen wir das jetzt so machen? Wollen wir woanders da hingehen? Ähm, joa. Ja? Was für einen Tag haben wir denn? Ja, noch haben wir tagsüber, deswegen. Nein, welchen Tag haben wir generell? Wie geht denn das? Noch Tag 26? Tag 26. Das reicht nicht. Wir müssen eine Horde abwarten. Okay. Hi, Snipsenob. Herzlich willkommen im Team. Schön, dass du da bist. Ja, äh, dann machen wir es so. Wir spielen die Horde, ähm, und in der Zeit sammeln wir Ressourcen und sowas, die wir schon mal mitnehmen können, Sascha. Was hältst du da davon? Da davon hatte ich, äh, schon mal sehr viel gerade. Also ich so persönlich. Du persönlich. Ja, ja. Ich halte da persönlich sehr viel von. Hm. Warum gibt's denn hier keinen... Oh, jetzt gibt's da keinen Stahl, weil da kein Eisen drin ist. Ist ja ekelhaft. Wie hat der denn hier einen Gangrennen geklappt? Keine Ahnung. Wer war das? Ja, Christian, wir haben Dienstag. Was denn? So. Alter. Ich brauch Stahl, Mann. So. Ich geh in der Zeit jetzt schon mal ein bisschen Holz sammeln. Oh, ho, Holz sammeln? Oh, ho, ho. Holz sammeln. Ja, ja. Hallo, EasySex. Du lebst ja noch. Ja, das sieht man so selten in letzter Zeit, ne? Na, sehen tut man ihnen schon quasi unten im Teamspeak die ganze Zeit. Die Dateileichte da unten. Jawohl, die Dateileichte. Ja, das machst du da schon. Ja, Stimstop, das ist völlig in Ordnung. Dafür sind die Streams ja auch da. Na? Damit du mir sowas auch angucken kannst. Die Spikes sind bedingt wieder billiger, weil du einfach weniger Holz kriegst. Also, ähm, wenn ich's jetzt mal bedingt billiger. Ähm, jem, 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 jem. Doch, ich kann's einfach ausschalten. Ähm, die haben in der Alpha 15, haben, waren die Spikes bei 100 pro, also bei 100 Holz pro Spike. Und jetzt sind sie auf 20 runter. Witzigerweise ist das reparieren teurer als, ja, schlussendlich, äh, neu zu craften. Hm. Ähm. Easy, was stößt denn dazu? Hm, das ist ganz normal, Tomatensaft. Die Konsolen-Version, die wird, äh, separat entwickelt. Deswegen. Danke dir, Easy. Ist das leider so. Du, die kamen am Samstagnacht. Oder Samstagabend eher. Gegen halb elf, ne? Da kamen die Alpha 16, Sascha. Ja. Uh, der ignoriert mich schon wieder. Wie bitte? Ja, 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 aktives Zuhören und so. Kann ich gut, hab ich vom Meister gelernt. Das stimmt. Ja. Ja, das stimmt. Ja, ich find das... Ja, Easy, eigentlich wollte es ja bei sein. Ja, ich find das auch schade, dass das unterschiedlich entwickelt wird. Aber es ist nun mal so. Ich hab im Kreativ-Modus, hab ich mir den ganzen Strom und so mal angeguckt. Ja, das hab ich schon gemacht. Und ich find das persönlich echt genial gemacht. Cheater. Hey, 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 hey. Dass du immer so ungeduldig sein musst. Ja. Ich find genau das ja gerade interessant in dem Spiel. Das Versuchen, das Ausprobieren. Deshalb wollte ich auch nichts über die Fetch Notes wissen. Ich hab mir nicht mal ein Video von der Alpha 16 angeschaut. Wollte ich alles nicht. Würd es selber herausfinden, wie was funktioniert. Das ist ja auch in Ordnung, wenn du das so möchtest. Äh, ich möchte das halt nicht... Aber du spoilerst mit dem Tate. Okay. Ja, aber wenn der Chat doch was wissen will... Ja, dann... Dann mach dir Gedanken drüber. Ich möchte es nicht hören. Lass dich jetzt aus dem Channel rausschieben jedes Mal, oder was? Nur weil du es nicht hören willst. Du sagst jetzt mal Spoiler-Alarm und ich hör dir nicht hin. Ja, ja. Gut, eigentlich kann ich ja noch ganz normal drauf losreden, weil du hörst ja sowieso nicht zu. Was? Ja, genau. Ja, Sascha, du frierst. Nein, ich friere nicht. Ich rat mal 17 Grad. Das geht eigentlich noch. Äh, Klamotten, Klamotten, Klamotten. Alles gut da. Oh, Zombie. Äh, Tomatensaf, wie meinst du das mit einem eigenen Video zu Alpha 16? Um die Patch-Notes zu erklären. Äh, die Patch-Notes, ja, da, äh, das werde ich demnächst noch machen. Ähm, jetzt war ich erstmal wieder ein bisschen mit meinem Stream beschäftigt, weil, wie der ein oder andere vielleicht festgestellt hat, ist es nur noch, äh, 720p60. Ähm, das ist so ein bisschen auch, äh, damit geschuldet, weil ich auf Twitch ja mitstreame. Ähm. Aber ich habe es vor, das die Tage zu machen. Und es soll auch ein Guide kommen für den Strom schon. Ja. Das, was sich der Sascha mit Sicherheit nicht angucken wird, weil er Angst hat, äh, was zu erfahren, was er vielleicht noch nicht weiß. Genau. Ähm, Snipdog, das Einzige, was ich drauf habe, das ist, ähm... Zahmelack. Das, äh, auch das. Und davon ne Menge. Nein, mächtig viel Zahmelack. Nein, Quatsch. Ähm, ich habe hier so ein UI, wenn du Ausrufezeichen UI in den Chat schreibst, äh, kannst du dir das, kriegst du einen Link, da kannst du dir das runterladen. Na, und das musst du dann einfach, äh, drüber kopieren. Das ist viel zu dunkel hier unten. Ähm, Isi, siehst du überhaupt irgendwas? Da hinten ist schön beleuchtet. So, Sascha, ich hätte schon ein bisschen Holz. Das ist schön, dass so ein bisschen... Soll ich, äh, direkt Spikes craften dafür? Warum? Ja, weil wir ja auch Verteidigung brauchen. Ja, Verteidigung. Ja, wäre nett. Gut, weil dann fange ich nämlich gleich schon an Spikes zu craften. Was brauchen wir denn so für einen Start? So 200, 250, ne? Ja, ein bisschen mehr, wenn nicht schlecht, aber, ja. Für den Anfang ist schon mal recht. Recht ist schon mal. Also, wie gesagt, äh, wer die UI haben will, einfach Ausrufezeichen UI. Ich höre einen Geiermann. Boah, Hilfe, Mann! Geier-Gefieder. Geiermann mit der Hilfe, Mann. Ich brauche irgendwie sowas wie einen Mining-Helm oder so. Oh, ich habe ihn getroffen. Ja, deswegen habe ich mir einen gecraftet. Du hast den Mining-Helm, die trifft denn? Ja. Nein, Mann! Dieser scheiß Geier. Komm, runter jetzt! Aber wo ist denn jetzt das ganze... Eieieiei. Ja, jawohl, Treffer! Oh, 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 oh! Nicht hitten, nicht hitten! Oh, Mann! Medis, Medis, Zutaten, Belpfui, Zutaten, Zutaten. Also dieses, äh, komische im Kreis fliegen oder... Das ist echt irritierend. Das jetzt vom Geier oder... Ja, ja. Okay, ich brüchte nur neue Armbrust. Äh, ja. Könnte man sich dann drum kümmern. Ähm, du kannst nicht mehr zurückspulen... Äh, weil ich es wahrscheinlich ausgestellt habe. Glaube ich. Ähm, weil ich den Stream jetzt aktuell zeitgleich mit aufnehme. Ja. Und ich werde ihn hochladen. Lieber Christian. Ja, ich habe ja ein bisschen rumgespielt wieder. Ähm, weil deswegen läuft jetzt auch Musik. Und dann kann ich den Stream nämlich ohne Musik quasi hochladen. Das ist, äh, der Grundplan dabei. Und ich weiß noch gar nicht, wie lange ich die Parts mache. Ich glaube, ich mache da so stündliche Parts oder sowas. Ähm. Was ist denn Gesichtsgedöns? Wer, wer... Ach, die Ellie hat, äh, das Lager gemacht. Ja. Snips noch... Meinst du, deine eigene UI findest du schöner? Oder die, die ich jetzt hier gerade benutze? Wo kommen jetzt hier die leeren Gläser? Keine Ahnung. Alter Schwede. Ja, das... Das passiert, wirst du? Wo du eine Frau hier gerade mal ran drittst. Da hast du was falsch geschrieben. Da hast du zweimal was falsch geschrieben. In einem Wort zwei... Oh mein Gott. Was jammerst du jetzt so rum hier? Wo kommt denn die Ölschiefer? Dass ich den Eingang überhaupt noch gefunden habe, ist glaube ich verwunderlich schon. Okay. Also Sascha, die ersten 300 Spikes craften schonmal. Okay. Dauert auch nur eine Viertelstunde, also von daher gehts. So, ein Ölschiefer da einfach anfänglich. Beim Moped kann ich nichts reinlegen, weil irgendjemand Kiste irgendwie nur abgeschlossen hat. Okay. Im Übrigen, was ein ganz cooler Zug wäre an meine Zuschauer auf YouTube, weil... Oh, tu es nicht. Tu es nicht. Doch, doch. Du musst das jetzt erklären. Weil es gibt ja bei Twitch gibt es ja so ein Halbpartnerprogramm. Wäre ganz cool, wenn ihr vielleicht den Stream und wenn dann von mir ist auch muted beiläufig mitlaufen lasst auf Twitch. Ja. 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 Wäre echt cool. Was denn? Wüsste nicht, dass es in den YouTube Richtlinien verboten worden ist. Das ist einfach nur, das hat den folgenden Hintergrund, weil es einfach Vorteile dann für die Zuschauer hat. Dafür brauche ich aber so eine Mindestanzahl an Zuschauern. Mag jetzt so ein bisschen assi klingen vielleicht für den einen oder anderen. Ähm. Aber es kommt ja nur euch zugute. Ja. Also wäre cool, wenn das macht, ihr müsst es natürlich nicht. Aber es wäre sehr nett von euch. Ah. Danke dir Christian. Und für die Leute, die jetzt nicht wissen, wo mein Twitch-Kanal ist, kann entweder hier unter dem Stream in die Videobeschreibung quasi gucken, äh, da findet dein Link oder ihr schreibt einfach mal in den Chat Ausrufezeichen Twitch und dann kriegt ihr auch den passenden Link da dafür. Achja. Was ist denn Sascha? Ach. Da bist du mal wirklich ein paar Stunden nicht auf dem Server. Und dann machen sie alle Quatsch, ne? Da haben die. Ja. Da skalieren die. Vollkommen. Hahaha. So sind sie. Nee. Tomatensaft. Es hätte mir gereicht, wenn du einfach ein zweites Fenster aufmachst. Aber, ähm, wenn du so simultan gucken willst, ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Beziehungsweise, ihr könnt euch auch einfach, wenn ihr, äh, Ausrufezeichen Multi in den Chat schreibt, äh, könnt ihr euch auch den Multi-Chat zwischen Sascha und mir anschauen. Ja. War nämlich ordentlich, ich hab mir den Link gespeichert. Für Sascha und mich. Ja. Aber warte mal, ich kann euch ja auch einfach mal, ähm, hier, ähm, habt ihr den Link? Ja, wer jetzt nicht gerne in den Multi-Chat reinziehen will. Ja, ja, ja. Wenn ihr da zeitgleich seht, was wir Sascha und ich für einen Quatsch machen. Ja. Ja. Aber, also, was ich echt krass finde, ist, also so durchs Minen, ne? Oder jetzt durchs Abbauen. Ja, der, äh, der Multi-Link ist ja Twitch. Also, das kommt ja auch selber raus, Christian. Ähm, wenn du das jetzt so mit dem Fortschrittsbalken siehst, was du beim Minen an Erfahrungspunkte kriegst. Hm. Brauchen wir jetzt aktuell deine Bäume fällen und sowas? Ja, ja. Also, echt krass. Ähm, wir werden Stein brauchen. Ja, brauchen wir. Wir brauchen, äh, wir werden Clay brauchen. Plant-Fibers? Sagst du das so? Oder Pflanzenfasern? Kommt doch an, was willst du, was willst du machen? Cobblestone oder was? Ja. Okay. Ja, gut, dann kann ich ja auch hier zwischendrin mal die anderen Steine da abräumen. Deswegen frage ich. Ja. Heißen habe ich gerade ein bisschen aus der Mine rausgeholt? Hm. In schätzungsweise zwei Stunden mit etwas Glück müsste der Jürgen denn da sein? Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das als Glück empfinden soll. Ja. Ja, doch, 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 doch. Wenn, wenn der Jürgen Pfeil kommt. Ja, gut. Das ist für die anderen halt Glück. Hahaha. Alter, das ist, also zum Leveln, ne? Also, jetzt mal ernsthaft gerade, Sascha, ne? Wenn du diese kleinen, runden Steine wegballerst, ne? Ja. Ey, die bringen wesentlich mehr Progress, als wenn du Holz sammelst. Das ist ja abartig. Wer läuft denn da so ganz gemütlich draußen? Hm? Mal ganz kurz mit Kälteur reden. Hm, mach doch. So, schon mal schön Ressourcen mitnehmen. Ähm, der ist ja Breenias, der da ist. Ja, was ist mit dem? Den hätte ich beinahe erschlagen, weil der hat kein Zeichen auf dem Kopf. Das Leben ist hart. Der ist ja, der ist ja nicht mit mir befreundet. Mhm, hi, quack. Herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Der läuft einfach weiter. Freundchen. Ich schreib mir erstmal an und kill nicht direkt. Ich red doch ingame mit ihm. Ach so. Ja, ich denk der ein oder andere hat das bestimmt ausgestellt. Ist halt nur blöd, wenn man auf nem PvP-Server spielt. Und da muss man halt mit rechnen erschossen zu werden. Wie kommst du denn jetzt darauf? Ja, so wie ich es gesagt habe. Da muss man halt einfach mit rechnen. Guck dir das an. Was willst du jetzt via Steam jetzt noch zuschauen oder was? Wer? Hi, Asuna. Herzlich willkommen im Steam. Schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, was der Christian da jetzt grad von mir wollte. Hier bei YouTube und Twitch zu gucken können, aber nicht via Steam. Ja, so ist das. Die Kartoffelpflanze hier draußen sieht ja echt mal so ein bisschen... Die sieht cool aus, gell? Ist die von dem Planeten hier? Man weiß es nicht. Ach so, darauf hast du das bezogen, Christian. Ja, keine Ahnung. Also ich find's schön, dass du das zweimal gucken kannst, aber via Steam halt nicht ging. Das ist allerdings richtig. Okay. So, ich muss mal ganz kurz was gucken. Guck mal was. Ja, die sind ja da oben im Channel. Bist du eigentlich in der Hütte, Sascha? Nee, bin ich nicht. Ach so, okay. Wir spinnen diese Haut. Und verkloppen perfekt. Hallo, Master Abos. Herzlich willkommen beim Stream. Schön, dass du da bist. Richtig voll hier heute. Ist ja cool. Läuft. Schön warm das Bein runter. Okay. So genau wollte ich es jetzt nicht wissen, aber... Gut. Freut mich für dich, Sascha. Finde ich auch, ja. Freut mich sehr, glaube ich. Ich erfriere, Mann. Dann mach dir warme Geschenk. Oh, eine Sau. Hey, lass mich in Ruhe. Ich hab' dich gar nicht gesehen. Das finde ich irgendwie sehr irritierend. Ähm... Oh, guck mal. Doskias Joint. Moment. Aber dann ist das doch der falsche Server, wo der gerade raufkommt. Nee. Der spielt bewusst auf dem Community-Server. Ach, hier ist der Ende der Zeit, ja? Ja, ich hab's mir auch gedacht. Bleibt bei ihm. Aber sie ist positiv. Wir können Doskias Raiden gehen. Hahaha. Ist ja BVP-Server. Hahaha. Nee, er ruft. Da jammert er im Let's Play so oft. Hahaha. Tja. Asuna, ich hab' gesehen für deinen Follow. Vielen Dank. Ähm, und ich hoffe, es wird gleich angezeigt. Was war denn das jetzt nochmal letztens? Ich kann euch hören. Hahaha. Ja, ist nicht schlimm. Ja, Cheater. Der guckt den Stream mit. Das ist ein Stream-Sniper. Das ist ein Stream-Sniper. Oh, sehr schön. Ähm. Master Arvos, der Plan ist, ähm, wir... Sammeln Ressourcen, der Sascha und ich. Äh, ihr seht ja hier oben. Äh, ja. Warte mal. Guck hier, siehst du jetzt so leider nicht. Äh, wir haben ja Tag 26. Wir werden noch die Horde spielen. Und in der Zeit sammeln der Sascha und ich schon mal Ressourcen für uns. Ähm, und dann werden wir weiterziehen. Wir werden uns was eigenes aufbauen, wenn wir zusammen streamen. Äh, also... Und der Sascha macht glaube ich noch ein eigenes Projekt, wenn er alleine streamt. Ist das so richtig, Sascha? Ja. Ja. Aber ich werde mir jetzt nicht noch, nochmal einen anderen Stützpunkt suchen. Du wirst da leider, ähm, mit den anderen auch irgendwie so klarkommen müssen. Äh. Weil sonst müsste ich hier auf der Karte, hier auf dem Stream, äh, auf dem Community-Server, Drei Standorte haben. Also den jetzigen, den quasi mit dir. Ja. Und den mit der Crew. Okay. Ähm. Aber wir werden das ordentlich machen. Oh Gott. Nicht unordentlich. Nicht unordentlich. Nicht unordentlich. Du erkennst schon die Problematik, ja. Nein, hier. Damit war die Crew gemein. Weißt du? Achso. Dass du unordentlich nicht hinbekommst, das wissen wir alle. Ja. Mhm, 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 mhm. Ich hab jetzt keinen Bock, jetzt, äh, daran abzunüppeln. Hahaha. Hahaha. Ähm, Isi, das, was wir uns da so ausgekupfert hatten. Wir hatten doch mal miteinander geredet darüber. Na, was? Ihr habt miteinander geredet? Ist ja ekelhaft. Ja, manchmal machen wir das so, wenn der Isi da ist. Ist ja ekelhaft. Hm. So mit das Dörfchen und so. Hm. Hm. Okay. Und dann so ein paar Häusle-Häusle-Bauer und so. Kannst du dich in Sinn, Isi? Hahaha, der Christian. Hahaha. Jaja, ich bin ja, äh, schon auf dem Weg. Aber ist gar nicht so einfach, wenn man dann auch noch erfriert und noch Ausdauer verliert. Wobei, habe ich mir nicht auch eine Lebensmittelvergiftung eben gerade geholt? Ne, nur Hypothermia, okay. Okay. Gut. Damit kann ich ja jetzt erst mal leben. Ahh. Nicht gut. Okay, Isi. Ich verstehe. Ähm, übliche Prozedere. Ich mal dir wieder ein Bild und dann... Kannst du das vielleicht verstehen. Mal dir mal ein Bild. Warte. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich das kann deswegen. Bam, bam, bam. Hahaha. Verlange ich es ja auch mal von den anderen, weil ich es selber nicht kann. Genau. So sieht es nämlich aus. Alter, hier unten waren irgendwo mal Getränke. So. Äh. Fertiges Jam Jam. Was ist denn da drin? Wow. Nichts mehr. Hab ich alles rausgefuttert. Hahaha. Du bist ja cool. Was ist denn hier was zu trinken, Mann? Ach da. Getränke Hicks. Alter. So. Muss ich hier wieder... Das ist ultra geil. Geheime Passwort eingeben und überblenden. Nein. Und jetzt wieder überblenden. Jawohl. Ich alles kann. Weißt du, was jetzt gerade passiert ist? Nein. Das ist zum ersten Mal, habe ich auf meinem Handy eine Nachricht bekommen. Dass du live bei YouTube bist. Ich werd ja bekloppt. Das ist das erste Mal. Na, ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Hm. Das weiß ich allerdings auch nicht. So. Wie viel brauchen wir denn hier noch? Ja. Reicht. Ein Traum. So. Dann brauchen wir... Cobblestone Frames, ne? Ja. Okay. Ähm. Das kann ich am Kämpfer ja schlecht craften. Hahaha. Das ist korrekt, ja. Das kannst du dann mit dem Teil craften. Ja. Wie viele braucht man? Mach mal 250. Obwohl Frames? Ja doch. Wir nehmen erstmal Frames. Ja, du musst sie ja mit den Dings musst sie ja aufbessern deswegen. Na, wir hätten ja auch Pillars nehmen können. Aber nein. Wir nehmen Frames. Mach eine schöne, solide Mauer. Jawoll. Wir bauen eine Mauer. Und die zwei stehen dann da vorne. Die Mauer ist weg. Die Mauer muss weg. Ähm. Welche Benachrichtigung meinst du, Christian? Von YouTube und Twitch, oder was? Also, ich könnte dir jetzt den Tipp geben, du könntest es ja halt auch ausmachen. Aber das wäre schade, weil dann kriegst du die Livestreams nicht mehr mit. Hm. Hm. Es sei denn, du neustest das so. Ja, jetzt nichts, was ich wollte. Was ich aber nicht verstehen würde. Äh, da. 32 Grad. Okay. Hast du gerade Luft verloren? Ich habe gerade Luft verloren, ja. Ist das jetzt gemein, wenn ich das Clay aus der Forge rausnehme? Ein bisschen. Äh. Okay. Gut. Ne, sowas macht man nicht. Oh, ist ja gut. Nein, macht man trotzdem nicht. Lass es sein. Ich habe es doch auch gelassen. Was ist denn los mit dir, Mann? Böse. Aber du spielst immer noch mit den Gedanken, einfach wieder zurück zu gehen und wieder was rauszunehmen. Hm. Ne. Legender. Doch. Ehrlich gesagt nicht gerade. So. Zeit verzögert. Okay. Level up. Gut. Dann gehe ich mal noch Clay sammeln, ja. Wir haben ja erst 21 Uhr. Das läuft, ja. Sag mal, wie hast du dich denn leveltechnisch schon wieder so hochgecheatet? Hä? Ja, ich arbeite was im Gegensatz zu dir. Ha, 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 ha. Ja? Und dann, äh, läuft das halt auch. Ha, 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 ha. Ja? Und dann, äh, läuft das halt auch. Ha, ha, ha. Kannst du mal ne neue Stahlachse machen? Hm? Ich hab meine wieder in den Ofen geworfen, zum Einschwinzen. Hm. Achso. Oh, das ist ne Wanderhorde. Wo denn? So, die läuft so direkt auf die Hütte zu. Bin da mal weg. Ha, ha, ha. Also ich geh mal hinter die Spikes zumindest gerade. Äh, Wanderhorde gemein, so nachts und so. Die ist tagsüber ja schon relativ fies. Hallo Klaus, herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Wo hast du die gesehen? Ach, da hinten. Ja, bei den Bäumen. Äh, südöstlich. Von der Hütte. Alle hatten hier schon wieder Munition, Mann. Keine Ahnung. Ja, Christian. Du musst die Experimental installieren, weil sonst kommst du nicht auf den Server hier drauf. Mhm. Das wird sonst schwierig. Warum schießt'n ihr eigentlich jetzt auf die Horde? Lass dir doch einfach vorbei laufen. Nein! Mann, ich treffe den nicht, obwohl der vor mir steht. was ist denn sascha potato aiming ach so ja gut das kannst du ja wie ein vollprofi bist du halt nicht so zielsicher wie jürgen das muss man einfach mal sagen der macht hier nur wohnschutz ich habe keine armbrust bei meiner ja so gut wie futsch ist alter war das knapp vorbeigeballert ich wollte nur mal erwähnen ihr wisst die rennen gleich weisbrillers die können rennen jetzt na toll bei der ganzen spikes kaputt das schreibe ich nicht an man ich habe dir nichts getan soll ich drehe mich hier hoch und schießt erst mal vorbei so licht könnte ich ja mal anmachen damit ihr auch was seht leute ich hab ja ein mining helm prelia ist in die hütte rein warum habe ich das jetzt noch mal getan habe ich wieder daneben geschossen weil den ding dann gehittet hat schön gemacht sascha dabei noch daneben zu schießen das wäre jetzt echt die kunst gewesen ist das da macht ja ich weiß christian das war gesichts aggro ich habe mein jagdmesser rausgeholt und ein bisschen schlitz schlitz und so weißt du also der progress beim clay sammeln ist auch wesentlich höher als beim holz sammeln weisentlich nur mal so für dich als information lieber sascha das ist ja wundervoll ach die wollten ein autogramm von mir ja du merkst schon christian das kriegt nicht jeder ein autogramm von mir für leute die ich nicht mag kriegen hat man direkt so spikes vor die füße gesetzt ist der wieder eine halbe stunde an der kiste beschäftigt ich wollte sagen irgendwas habe ich doch gerade schreien gehört da irgendwo im hintergrund was brauchen wir denn noch so schönes brauchen eine neue armbrust ach so du hast das rezept ja gar nicht ha 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 ne ich erzähle das einfach nur so aus spaß an der freunde das erklärt warum du das alles wiederholst mhm was habe ich denn wiederholt dass ich eine neue armbrust brauche mhm mehrfach nämlich jetzt schon ich denke mir jetzt ja dann macht ihr doch einen aber ja wenn du das rezept nicht hast geht das natürlich nicht ich weiß gar nicht nein meine profis ich frage mich gerade ob das überhaupt sinn macht warum mache ich hier eigentlich eisenbolzen ich müsste schon stahlbolzen machen können ja ja christian das hättest du gerne gell handwaffe Handwaffe. Ah ja. So. Ah, ich sag doch. Warum tust du das dann eigentlich? Komm, ich bin mal so frei. Mach für die anderen mal Stahlbolzen an. Genau, mach das mal. Gibt es hier irgendwo noch Federn? Ja. Oh, bin ich in der Küste drin. Ich verrate dir aber nicht welche. Yo. Ja. Kalt. Kalt. Wärmer. Ganz warm. Heiß. Hier sind keine Federn drin, Mann. Da. Ja, das sind sie immer noch. Dem, 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 dem. Alter. So. Ähm, ja, da. Wo ist denn Belfui? Belfui. So, Rezepte. So. Mich würde echt mal interessieren, ob das mehr Ertrag gibt, wenn man die Bäume jetzt, ähm, so komische Dinger da setzt. Auch richtig Erde. Mh, ja, müsste ja. Hm. So. Könnte ja auch sein, dass ich jetzt aktuell bei 600 Feierabend ist. Oder 900. Was ist, 900, wa? Mh, 1200. Je nach, äh. Ja, so war es, so war es vorher mal. Ne, ich hab ja auch schon 1200 Bäume abgeschlagen, also. Ja, da sind auch die, die da überall rumstehen. Aber wenn du selber welche Pflanzen tust, mein Gott. Ja, die wachsen auf 1200. Also ich mein, äh, gibt ja keinen Grund, warum die auf einmal kleiner wachsen sollen. Weil du sie selber gepflanzt hast. Das ist doch kein Grund, Mann. Doch, manchmal schon. Manchmal schon. Okay. Gut. So. Um den Baumsamen lasse ich auch dann hier. Hm. Die will ich haben. Alter Schwede. Gut, ähm, was brauchen wir denn eigentlich überhaupt noch? Ist eine Bonbon-Dose. Kann man zwar nichts draus essen, kommt aber trotzdem hin, die Dosenfutter. Aha. Ich hab nämlich sonst keine Ahnung, wo ich sie hinpacken soll. Da gibt's immer nur ein, ein Schuh oder was? In dieser einen Kiste. Keine Schuhe. Gibt's hier nur Schuhe? Mhm. Interessant. Was für die Einbeinigen. Ah, jetzt muss ich ja schon wieder überblinden hier, ey. Ich muss mich mal hier in den Städten. Kannst du die, äh, die Beschriftung der Kiste noch sehen? Ja. Verdammt. Warum? Ja, weil das, äh, Schleichwerbung. Oh, Duski, hast du schon wieder raus. Ach so. So. Komm zurück. Dann den hätte ich gerne und dann kann ich dann auch das da reinpacken. Ohne Forge zum Starten wäre vielleicht ganz cool. Würde ich mal so behaupten. Das wird überbewertet. Das sagst du ja. In deinem jugendlichen Leichtsinn. Hast du hier Zahlen, brauchst du für mich? Christian, ich weiß nicht, ob dann meine Zahl für das, äh, die Schweine, für Schweinekillen hochgeht. Wenn ich den Sascha oben niete. Weiß ich nicht. Das mal ausprobieren. Aber da ich mit ihm gleich eine Base aufbauen will, sollte ich mir das verkneifen, weil sonst krieg ich wieder den Jürgen Pfeil ab. Hm. Aus meinem Jagdgewehr. Das ist Cheaten. Weil das ist nämlich dann kein Jürgen Fall. Nee. Das ist ein Verbesserter. Nee, ich warte einfach, bis der Jürgen da ist. Der macht das dann schon. Der macht sowas gerne, hat er gesagt. Das glaube ich ihm sogar. Ich muss nicht mal was zahlen für. Ja, Raketenwerfer-Action, genau. Das kann der Sascha auch. Was? Nicht mal. So, Sascha. Ja. In der Zeit gucke ich mal, wo ich hier eher am Craften bin. Ich habe ja jede Menge Skill-Punkte, die ich ja jetzt hier noch benutzen kann. Auf jeden Fall schon mal besseres Werkzeug. Ja, hast du mir jetzt schon eine Arme ausgemacht? Nein. Also nicht, dass ich nerven möchte, aber ich brauche ich drin. Du musst mir die mal geben, dass ich die reparieren kann. Warum denn reparieren? Ich will eine neue haben. Warum? Jetzt muss ich das doch noch erklären. Gib mir einfach eine neue Armbrust. Ah, musst du warten. Kurz. Wenn du die jetzt reparierst, dann ist die ja noch schlechter wie vorher. Jeder wie er es verdient. Nee, ich mache dir gleich eine. Immer mit der Ruhe. Weil ich frage mich gerade, in was ich jetzt meine Punkte setzen möchte. Also, ich könnte theoretisch erstmal da noch Punkte reinsetzen. Darf ich jetzt eine Machete machen? 18 Punkte haben wir. Nein, das reicht immer noch nicht für die Machete. Was ist denn das Master Level, Mann? 10. Nicht 5, 10. Nee, das ist ja... Master Level ist ja eigentlich schon drüber. Von Krut auf einfach. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6e. 6e musst du, glaube ich, erreichen. Hab ich. Level 6. Also Stufe 6. Und das funktioniert trotzdem nicht? Nein. Gut, dann musst du Level 10 erreichen. Das Player Level 120, das dauert noch ein bisschen. Die ist 850... Christian, die ist 850 MB groß. Ich glaube, 842,3 oder... Irgendwie sowas. Ja, genau. So. Bögen schießen. Warum war denn jetzt schönes? Ja, ich weiß es auch noch nicht. Also eine Werkbank kann ich herstellen. Das ist kein Problem. Das ist sehr gut. Dann werden wir dann das Material dazu haben. Ah, das kann ich noch. Oh. Na, schade. So, dann kann ich dir... Wollt, zwei Skidpunkte für mich. Danke. Holzen da reinpacken. Ähm, nein, habe ich aktuell nicht für dich. Ja, wie gesagt, 850 MB ist ja nicht ganz so groß. Na, was ist das eigentlich für eine Scheiße? Was habe ich denn da für ein Mist hier anstecken? So, der Sascha wollte einen neuen Crossbow. Ja. Gut, Weapon-Smithing. Kann sein, dass das vielleicht auch Gun-Smithing ist? Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Was, die Machete? Nein, weil hier bei Gun-Smithing steht, äh, dabei, äh, increase your skill from crew to novice, appearance, journeyman, professional and master level. Das ist vielleicht gar nicht Waffen- Das steht bei Waffen-Spiel auch. Achso. Okay, dann werden wir für die Machete tatsächlich 120 brauchen. Dam, dam, da. Ja, 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 ja. Wer lesen kann, ist klar, ein Vorteil. Weißt du? Nein? Ich brauche... Händ mal deine Machete weg. Äh, deine Machete, sag ich. Das Problem wird im Übrigen sein, wegen Kleber. Haben wir noch normalen Clou? Ja, oben. Dann hol den mal. Leder und Forged Iron ist ja hier unten. Aha, ich glaube, ich brauche das Kleber. Äh, den Kleber. So. Brauchst du auch noch Klebeband? Hmm. Nee, das habe ich. Okay, Brillias, bis später. Tschüüüü. So, hier, kannst du ein bisschen schnüffeln. Komm her. Geil. Kleber schnüffeln, knäber schnüffeln. Ah. Ist ein geiler Typ. Ja, wo ist das Leder, Mann? Leder hast du gesagt, hast du. Nein. Ich habe gesagt, und Leder, Mann. Ja, der kommt doch selber in die Etagehöhe hier. Willst du den Crossbow oder ich? Naja, du kannst die doch nur. Ja, dann kannst du ja wenigstens Material holen. Weißt du, ich craft hier schon für unsere Base und alles. Ist doch okay, Pussy, ist okay. Hey, 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 hey. No? Immer mit der Ruhe. Pussycat, Pussycat. Da, da, da. Du Lusch. Die haben hier oben kein Leder. Ich finde es nicht. Ja, du findest es nicht. Das ist was anderes. Leute, der macht mich fertig. Will ich auf jeden Fall. Und... Alter Schwede, wo ist das? Mann, 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 Mann. Die haben das Leder versteckt. Die haben das Leder versteckt. Hallo, Sanfrina. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Stream. Heyho. Ja, das musst du auswählen, Christian. Alter Schwede. Was ist denn los, Mann, ey? Hast du es jetzt gefunden? Nein, wo ist der Kälte? Du musst ihn ja pressen oder so ausquetschen. Mann, ey. War das denn jetzt so schwer, Mann? An die H&M-Kiste zu gehen. Was? Mann, ey. Du bist... Ernsthaft jetzt? Ja, Mann, ey. Der kann... Nix kann der. Wie soll man denn da bitte schön drauf kommen? Hä? Das weiß ich doch nicht. Reparier ich die? Ach, komm, ich repariere sie. Was? No room and queue? Willst du mich verarschen? Kann ich das denn jetzt hier nicht reparieren? Achso, reparieren geht nur in der eigenen Queue, ne? Ich erkenne das Problem. Ach, ja. Mann, 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 Mann. Ach, ja. So. Und der Wille ist das überhaupt mittlerweile? Oh, guck dir das an. Ein 300er Crossbow kriegst du schon von mir. Ein 300er. Weißt du? Liegt in der Workbench, Mann. In der Workbench. Okay, danke dir. Bitte. Der kann sich ja verdanken. Ja, im Gegensatz zu mancher anderen kann ich das. Das ist dufte. Okay, da muss es soweit nicht mehr dran. Das ist auch nicht... Ähm... Gut. Ja, dann mach ich jetzt hier den kurzen Cut von der Aufnahme zumindestens. Und mach kurz Pause. Warum? Amen.